Hallo, heute sind wir mal unter uns, nur du und ich, quatsch ein bisschen, vielleicht spiel ich gleich auch noch ein bisschen was, aber ich erzähl euch gleich mehr. Ja, was ist da los? Mirko sitzt ganz allein hier, niemand an seiner Seite. Es ist kein anderer Schuld als ich, bin ganz ehrlich, ja, hat gerade angefangen, ich hab noch nicht so wirklich die Muße gefunden, mich um vieles stark zu kümmern und darunter viel auch jetzt nochmal in der ganzen Firma rumzufragen, wer jetzt Lust hat, heute dabei zu sein und da hab ich mir gedacht, ach komm, wir können das auch mal alleine stemmen, einfach mal ein bisschen quatschen. Ich guck mal, ich hab grad eben schon bei den Steam-Spielen, die wir hier haben, durchgeguckt, vielleicht schmeiß ich gleich nochmal Civilization nebenbei an, aber ja, vielleicht unterhalten wir uns auch einfach mal ein bisschen darüber, was so in den freien Tagen ging, was so dieses Jahr eigentlich ansteht und, ähm, ja, gucken wir einfach mal, wie's läuft. Falls irgendeiner aus der Firma gerade noch zuguckt und Langeweile hat, ist natürlich gerne eingeladen, mich hier zu unterstützen, ähm, aber ja, ist ja auch nicht schlimm, mal ein bisschen was alleine zu machen, ne, das ist ja sowieso, ähm, wir haben auch, manchmal hab ich das Gefühl, die Leute haben auch verlernt irgendwie einfach mal alleine zu sein und mich in Ruhe zu lassen, so, also gerade über die Tage hatte ich, glaube ich, wieder jeden Tag irgendwie was, was vor und ob das war wegen der Familie, natürlich wegen Weihnachten, ist ja klar, ich fand das tatsächlich auch sehr schön dieses Jahr, äh, bin in einer Patchwork-Family, das heißt immer viel hin- und hergefahren, ähm, dann noch mit der Freundin und auch die Familie und dann wohnen die in Nordrhein-Westfalen und was weiß ich, ähm, da muss man viel hin- und herfahren und, ähm, also ich komm ja aus Bremen ursprünglich und wenn man dann mal zu Hause ist, dann will man natürlich auch die alten Freunde alle irgendwie sehen und dann, äh, werden diese, diese zehn Tage, die man in Bremen ist, auf einmal ganz pickepacke voll, ähm, was aber auch ganz schön war, ähm, aber ja, ist ja auch mal, also gerade ich mag das dann auch, wenn ich, wenn ich längere Tage hatte, ähm, oder mehrere Tage hatte, wo ich viel vorhatte, dann zieh ich mich halt auch gerne mal ein oder zwei Tage komplett zurück und mach einfach gar nichts und ich will dann auch nicht rausgehen und ich will auf dem Sofa liegen, ich will Filme gucken, ich will Serien gucken, will Spiele spielen, einfach mal abschalten und, äh, ich glaub, das tut auch mal ganz gut, muss nicht immer was los sein. Ich kenn genauso andere Leute, die, ähm, die das total gerne mögen und überhaupt nicht alleine sein können. Ähm, ja. Äh, ich schau auch noch ein bisschen in den Chat, was ihr so zu sagen habt, ähm, ich hab grad schon gelesen, dass Arno mal ein toller Gast wäre, da arbeite ich tatsächlich dran. Äh, ich hab ihn, glaub ich, soweit, dass er bald vorbeikommt, ähm, bin nachher noch mit Arno zusammen auf dem Termin, dann, äh, fühl ich da noch mal nach. Ähm, ich schau mal, dass ich's, äh, auf jeden Fall in, in, in naher Zukunft noch mal hinkriege. Ähm, ja, also wir planen schon, äh, war hier schon der dritte Weltkrieg angesprochen, das ist natürlich auch ein, auch ein Riesenthema, äh, das ist auch so ein, so ein Ding auf Twitter, ähm, in letzter Zeit, ich glaub, ich muss echt mal wieder aussortieren, äh, wem ich da folge und was mir angezeigt wird, weil ich hab nur noch schlechte Laune, wenn ich auf Twitter geh. Ich weiß nicht, wie euch das geht, äh, aber dann hast du dieses Thema und jenes Thema, dann hat der aus der AfD wieder das gesagt, dann hat Trump wieder jenes gesagt. Das ist ja nur noch schlechte Launemacherei, äh, und eigentlich sind da ja auch tolle Sachen. Zum Beispiel, ähm, hier, wie heißt die, ähm, Laura, Laura Hisrich, die die, die, die Witcher-Serie gemacht hat. Ja, ist doch Laura, oder? Muss ich mal eben nachgucken. Ja, Laura Hisrich, die ist auf Twitter so aktiv und geht in Austausch mit den, mit den ganzen Fans und allen Kritikern und allen, die was zu sagen haben und postet jeden Artikel und ich find das, das ist, ich find das super erfrischend im Vergleich zu, zu dem, wie man das sonst so, äh, mitbekommt, hab ich immer das Gefühl von Leuten, also Creatoren von Serien oder ob das jetzt die Schrift, die die, die die Serie geschrieben haben oder sonst was sind, ähm, da wird sich ja eher zurückgehalten und da meidet man auch diesen Austausch und, äh, versucht so, also ich denke mal, dass die auch viel lesen werden, aber, ähm, jetzt in diesen Austausch zu gehen, das find ich sehr erfrischend und das hat auch irgendwie für mich Auswirkungen darauf, wie ich diese Serie finde und auch, was man dann denkt, wie die zweite Staffel wird, weil, also ich fand die erste Staffel schon gut, ähm, mir hat die sehr gefallen, hab's auch schon zweimal geguckt, ähm, aber, ähm, ja, das ist doch auch mal nice und sowas will ich eigentlich mehr sehen auf Twitter und mehr lesen, ich will, äh, äh, einen kreativen Austausch von Leuten, die irgendwie eine, äh, Leidenschaft für etwas teilen und ich will nicht immer nur lesen, die Bubble regt sich über das auf und dann regt sich die Bubble über das auf und dann sieht diese Bubble, dass sich diese Bubble darüber aufregt und dann kleiden die beiden Bubbles aufeinander, och, es geht mir, es geht mir auf den Sack, ey. Aber ja, ich lese auch schon im Chat, Nachrichten lesen, ist, ist, ist scheiße, ja, ist, das ist ja auch, ähm, wo war ich, ähm, bei der Zeit war ich letztens und hab da einen Vortrag gehört, mir angeguckt und, äh, da haben sie auch mal so einen schönen Graphen gezeigt, so über, äh, mit ihrem Abo-Modell, ähm, wo quasi die meisten neuesten Abos kamen und das, ähm, waren immer Zeiten, wo halt irgendwelche großen Katastrophen passiert sind, das heißt, immer dieser, dieser Katastrophenjournalismus und dieses, äh, die Leute wollen ja auch irgendwie anscheinend, wollen sie ja das Schlechte lesen und immer alles wissen darüber, wenn was kacke läuft, ähm, dadurch sind Nachrichten ja generell geprägt, so, okay, immer nur, immer nur über, über die schlechten Sachen zu, zu, äh, berichten und jetzt hab ich den Faden verloren, irgendwas wollt ich noch sagen? Ist ja vielleicht auch ein bisschen langweilig, wenn immer alles gut ist, ne? Das ist ja auch im Austausch mit, äh, Freunden oder Familie oder sonst was, hab ich letztens drüber nachgedacht. Wenn du dich mit Leuten triffst und mit denen redest und sprichst, ähm, erzählst du ja eigentlich ganz oft, was schlecht läuft oder was dich grad nervt oder der hat wieder das Dumme gemacht und dann mal zu sagen, boah, eigentlich, bei mir läuft's eigentlich ganz gut. Ich kann mich eigentlich nicht beschweren, so. Ist die Frage, okay, ist das Gespräch dann, ist das Gespräch dann sofort beendet, weil der andere denkt so, ja, ist ja schön, dass es bei dir gut läuft, so, und was mach ich jetzt? Ich kenn tatsächlich auch mehr Leute, die so eine Mütze tragen, aber, äh, danke, dass es dir auffällt und dass du findest, dass sie mir steht. Ähm, vielleicht kannst du noch mal eine persönliche Nachricht an meine Freundin schicken, äh, der gefällt sie nicht so gut, aber, joa, muss man mit leben, ne? Ich muss ja auch mit Sachen leben, die sie trägt. Termin, aber, ich bin mit einem, mit Arno auf einem Termin, gemeinsam. Wir vertreten gemeinsam Rocket Beans TV, also ich, ich mach mir jetzt keine Sorgen. Ja, Zylinder wär auch mal was Gutes, ne? Ja, wie ist denn, wie ist denn, äh, wie waren denn eure Feiertage? Habt ihr euch freigenommen? Man konnte ja jetzt mit wenig Urlaubstagen relativ viel frei bekommen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt waren, aber wir haben ja hier über die Betriebsferien fast zwei, zwei Wochen, über zwei Wochen dicht gemacht und das war mal ganz erfrischend hier. Äh, das find ich sowieso ganz gut bei Rocket Beans, dass wir tatsächlich immer diese Betriebsferien machen über, ähm, Weihnachten und Silvester, weil dadurch nochmal alle irgendwie auch, ähm, so ein bisschen Abstand nehmen, weil das ist schon für alle eigentlich immer hier ganz, ganz schön viel Stress das ganze Jahr und man merkt auch im Dezember, wie die Nerven ein bisschen blank liegen und dann noch die ganzen Vorproduktionen auch für die Betriebsferien, das ist dann relativ viel. Aber ich glaub, das tut allen gut mal, äh, sich nur auf sich zu konzentrieren, mit der Familie zusammen sein, mit Freunden zusammen sein und dann wieder zu kommen, ähm, und wieder mit neuer Energie, äh, starten. Ähm, wobei, wie ich's am Anfang schon gesagt, äh, bei mir ist jetzt noch ein bisschen, bisschen die Luft raus, ich muss jetzt wieder ins Rollen kommen. Vor allem bei uns im Job ist es ja auch so gut, soll ich jetzt, äh, am Montag direkt bei dem Kunden anrufen, mit denen ich noch im Dezember gesprochen habe und sagen, hey, hast du mit deinem Chef über Weihnachten über unser Angebot gesprochen? Das ist auch so ein Ding, so, ja, macht ja keiner. Ich kann so ein paar andere Sachen vorbereiten, kann mich in Sachen reinlesen, ähm, aber, äh, jetzt jedem direkt hinterher zu telefonieren, äh, macht jetzt auch nicht so, so ein Megasinn. Der Drachenzähm leicht gemacht, das sind ja auch fantastische Filme, also, ähm, ich, äh, gucke mal, ähm, die Herr der Ringe Trilogie guck ich immer über Weihnachten. Ja, Herr der Ringe, ähm, ähm, Endgegner war wieder, könnt ihr euch auch geben. Äh, ist natürlich mit, äh, Anton und Mara, äh, mit ihrem Format, das heute, glaub ich, auch wieder läuft, äh, ist natürlich ein bisschen unfair, weil die üben ja im Prinzip jede Woche, äh, aber, ich weiß nicht, bei diesen ganzen Quizshonen, dann denkt man sich immer, wenn man, wenn man davor sitzt, dann denkt man sich immer, ja gut, das hätt ich auch gewusst, ja, äh, ist ja klar. So, und da hätt ich ja mindestens auch so und so viele Punkte, ob's jetzt Nerdquiz ist oder Endgegner. Aber bei Endgegner hatte ich jetzt gerade bei Friends und Scrubs hab ich gedacht, oh Leute, ja gut, warum hab ich da jetzt nicht mitgemacht? Weil, also, es wird immer, äh, im, im internen Chat wird, äh, fragt, äh, der verantwortliche Redaktor, ich glaub Lars ist das, ähm, fragt halt dann immer rum, hey, wer kann sich vorstellen, zu dem oder dem Thema bei Endgegner mitzumachen oder Endgegner zu sein? Und dann sitz ich immer und bin mit der Maus schon drüber und dann denk ich mir so, ja gut, du hast schon mega viel Scrubs früher geguckt, aber du bist jetzt kein super Experte und dann mach ich nicht mit. Und dann guck ich mir die Folge Endgegner an und dann seh ich, ja gut, das hättest du ja gewonnen. Und dann weiß ich aber nicht, ist die Situation in der Sendung so krass anders, dass ich denke, ah, ja, übernimmst du dich jetzt oder gehst du hin und sagst dann, ja, 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 ich bin mir schon recht sicher, ähm, du willst ja auch nicht dann da sitzen und sagen, ja, ich hab schon viel geguckt und dann, äh, weißt du am Ende nichts. Ich meine, das hatten wir jetzt schon mal mehreren Leuten, die da dann saßen und wo das so war, also macht's wahrscheinlich nicht so einen großen Unterschied. Ähm, aber ja, ähm, ich weiß gar nicht, inwiefern ich jetzt was spoilern darf oder will, aber demnächst kommt auf jeden Fall irgendwie noch mein Endgegner, wo ich mich jetzt aber auch mal eingetragen habe. Also vielleicht, ähm, ob ich dann da auch eingeladen werde, ähm, weiß ich da, glaub ich, ähm, mehrere eingetragen haben, soweit ich weiß, muss man mal gucken. Ist natürlich auch immer, ähm, zu schauen, die Leute, die auf dem Thumbnail am besten funktionieren, ne? Weil, ich meine, wenn da jetzt, äh, Eddie, Ian und Budi sitzen, äh, gucken das, glaub ich, mehr als wenn da ich, Anton und Lukas sitzen oder so. Äh, das ist ja nun mal so, das ist ja auch so ein Ding, ähm, ich weiß gar nicht, wie weit man darauf jetzt, ja, ich glaub, da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen. Wenn sich keine Leute finden, ist Edi der Ersatz. Ja, irgendeiner muss ja mitmachen, ne? Ja, Scrubs zweite Runde, da mach ich auf jeden Fall mit, ey. Scrubs hab ich früher so viel geguckt, ich find das auch so eine fantastische Serie. Aber ich war auch überrascht, wie viel Wissen ich noch hatte, aber das war ja auch noch, das war für mich so dieser Zeitraum, äh, ich glaub 14, 15, 16 so, wo auf ProSieben dann halt immer Scrubs lief, How I Met Your Mother, ähm, bestimmt noch irgendwas anderes, ähm, und das lief ja immer rauf und runter, lauf und runter. Und, ähm, dadurch haben sich ja auch Folgen extrem oft irgendwie wiederholt. Ich hab das Gefühl, die haben auch nie irgendwie die Staffeln einfach durchgespielt, sondern irgendwie ne Zuteilung gemacht, wie sie das wollten. Ähm, aber dadurch hab ich Folgen teilweise so oft geguckt, das, äh, das funktioniert ja inzwischen auch gar nicht mehr. Wenn ich auf Netflix oder so mir ne Serie angucke, dann binge ich die durch, ähm, und, äh, dann hab ich's erstmal damit. Und dann guck ich vielleicht paar Monate später da nochmal rein und, äh, guck mir das vielleicht nochmal an. Aber ich find dadurch, ähm, außer du bist halt, findest es so extrem geil, dass du es mehrmals gucken willst, hast du nicht mehr so, das ist ja einfach diese Wiederholung, dass sich das in dein Gehirn einbrennt und du denkst, ja gut, äh, ähm, jetzt weiß ich das halt. Weil ich das so oft gesehen habe, kenn ich die Szene, aber wenn ich zum Beispiel jetzt, ähm, Game of Thrones hab ich nur einmal geguckt, bis Staffel 7, glaub ich. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, was in welcher Staffel passiert, ich hab jetzt nicht irgendwas doppelt geguckt und ich glaub, das macht schon einen Unterschied, äh, inwiefern, wie oft du diese Sachen halt einfach gesehen hast. Das ist genauso wie, wie bei Herr der Ringe, die ich, äh, immer wieder gucke. Ähm, Marc meint, es wäre nicht gut gealtert, ja, es, ähm, ja, aber Leute behaupten auch, dass Franz nicht gut gealtert ist, so. Und das hab ich letztens auch wieder durchgeguckt, also, ähm, das ist, glaub ich, auch immer ein bisschen, äh, kommt das auf, auf, auf die individuelle, ähm, Sichtweise an. Ähm, Was hab ich denn letztens, ich hab letztens irgendwas gesehen, was nicht gut gealtert ist, aber jetzt fällt's mir nicht mehr ein. Was war das denn? Ist ja auch egal. Aber bei Scrubs, äh, äh, denk ich, muss ich immer an die, an die Musical-Folge denken, die find ich so genial. Sind einfach geniale Lieder dabei rausgekommen, haben sie super umgesetzt. Haben sowieso viele coole Sachen gemacht, so. Ähm, Ähm, aber wenn man sich so diese ganzen, ich weiß nicht, ähm, ob das alles unter dem, äh, der Betitelung Sitcom, äh, äh, fällt. Aber wenn man jetzt King of Queens hat, Scrubs, How I Met Your Mother und, äh, ob's Community ist oder Modern Family, ähm, oder Brooklyn Nine-Nine, ähm, sind alles so Sachen, die vom Typus her gleich sind und, äh, ähm, und sich auch in gewisser Weise unterscheiden. Aber manchmal merkt man so, okay, manche, manche Sachen wiederholen sich einfach oder, äh, Storylines von der Folge sind genau dieselbe, die schon mal, hatte ich schon öfter das Gefühl so, okay, das hab ich schon mal bei King of Queens gesehen oder so, ähm, wobei ich sagen muss, äh, gerade sowas wie, wie, ja, Community, Modern Family und, und Brooklyn Nine-Nine, die ich alle sehr mag, haben noch so eine gewisse Originalität drin, die, die nochmal so ein bisschen was anderes machen. Gerade Brooklyn Nine-Nine geht ja, geht ja auch sehr gut, find ich, mit sozialen und politischen Themen um, sowas wie, äh, ähm, mit, ähm, hier, dass Holt schwarz ist, Terry ist schwarz, ähm, dass Rosa, ähm, bisexuell ist und sowas und dass solche Themen auch irgendwie sehr menschlich angegangen werden oder, ähm, wie Jake damit umgeht, als Amy sagt, das ist halt, äh, als Frau in manchen Situationen extrem schwierig ist, aber ich find das, das Hände in die mega gut und solche Themen halt auch anzusprechen und nicht daraus zu sagen, Tabu-Themen zu machen. Ich glaub, Scrubs, letztens war, also, soweit ich weiß, war es noch bei Amazon verfügbar, äh, Amazon Prime, ähm, ich hab Amazon Prime selber gar nicht, können wir ja mal gucken. Ich hab mal so ein Prime Video. Joa. Die Staffel gibt's auch nicht, ne, sind wir uns alle einig? Ja, Brooklyn Nine-Nine, äh, kann ich jedem nur ans Herz legen, also, ist eine meiner absoluten Lieblingsserien, die hab ich, die ich tatsächlich auch schon, äh, mehrmals geguckt habe, ähm, weil ich den Humor einfach nicht, einfach klasse finde, in der Serie, ähm, das ist ne, ne sehr gute Zeit, die man mit der Serie hat. Ne, aktuell wird nix gezockt, aber wenn euch, wenn euch mein Gelaber langweilt, schreibt das in Chat, ähm, ich kann auch ein bisschen, ähm, Civilization nebenbei anmachen, ähm, das ist, glaub ich, ein ganz gutes Spiel für nebenbei, da muss ich mich nicht so konzentrieren, ähm. Ja, Chernobyl muss ich mir auch noch, muss ich mir auch noch geben, das wird ja so, so über den Klee gelobt, ne, wie man sagen tut. Ähm, ich schnapp mir mal was zu trinken. Ja, ja, aber ich bin noch nicht so ganz über die Twitter-Thematik, äh, hinweg, weil mich das tatsächlich nervt und gerade, also, das, was sich in, äh, in Amerika abzeichnet, wie das auch politisch genutzt wird, das passiert ja in Deutschland auch immer mehr, also, wir sind, wir sind ja schon da, dass, äh, unsere Politiker irgendwie auf Twitter irgendeinen Scheiß labern und dann kommt ein anderer Politiker und sagt dann dazu, ja, du bist aber blöd, das müssen wir doch so machen. Und in irgendeiner gewissen Form ist, denke ich halt so, ich bin mir da extrem unsicher. Zum einen denke ich, ja, okay, ihr müsst ja auch irgendwie in, in Touch bleiben und, äh, mit der Zeit auch mitgehen und auch auf dem Schirm haben, was so, äh, die Leute machen. Auf der anderen Seite machen sie sich da teilweise doch so lächerlich, oder? Also, was die da teilweise schreiben, finde ich so ein Schrott, wo ich dann so denke, ja gut, vorher haben wir wenigstens nicht mitbekommen, dass die alle so dumm sind, aber jetzt posaunen die das ja einfach alles offen in die Welt hinaus. Äh, da wünsche ich mir fast lieber zurück, dass die einfach nur in ihrem Kämmerchen sitzen und man das Gefühl hat, die interessieren sich nicht für uns. Ähm, das ist... Also, gerade wenn man hier, was hat er geschrieben, äh, Trump, dass er 55, äh, Kulturstätten von Iran im Fokus hat und wir sind bereit, die zu bomben, blablabla. Ja, meine Fresse, ey, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass man so einen Scheiß da schreibt. Das ist sowieso der dümmste Typ, ach, ich kann mich so über den aufregen, ey, das ist unglaublich. Vor allem, der macht ja auch jeden Tag wieder Schlagzeilen und jeder, ähm, ähm, jeden Tag sieht das irgendwie, äh, wird danach ja gesucht, was er sagt und was irgendwie dumm ist. Weil diese ganze Iran-Geschichte, äh, da muss man sie auch nochmal richtig reinlesen. Also, klar ist Donald Trump dumm und die ganze Geschichte da, aber, ja. Aber ich finde das auch, äh, in gewisser Weise ist es natürlich auch interessant, wie sich das, wenn ich überlege, wie, wie Unterricht von Politik bei mir früher in der Schule war, wie sich das Ganze darauf aus, aus, aus... Was will ich sagen, wie sich das darauf, äh, das Wort ne, ja, auswirkt. wie sich das daraus auswirkt, wie der Unterricht gestaltet wird. Wie sich daraus auswirkt. Weil ich ja dann einfach, okay, früher hast du durch Bücher durchgewühlt und so, und ja, und so haben sich die politischen Konflikte entwickelt und auf diesem Kongress ist jenes besprochen worden und dann war das, und so, ja, jetzt hat der Typ halt was getwittert und jetzt ist Krieg, so. Ja, okay. Ja, bei Twitter-Austauschen, ich hab tatsächlich noch nie so eine Austauschkultur gepflegt, irgendwie in meinen Social-Media-Netzwerken. Manche machen das ja ganz extrem, aber ich hab ganz schnell auch irgendwie das Gefühl bekommen, ja, okay, was bringt das jetzt? Also entweder sind die Leute so versteift in ihrer Meinung, ähm, dass du sie eh nicht überzeugen kannst, oder es ist einfach so toxisch, dass, äh, dass es keinen Spaß macht, so seine Meinung da irgendwie auszutauschen. Das ist natürlich auch wieder, also ich frag mich halt auch, ähm, wie es früher war, so. Du hast halt früher einfach diese ganzen verschiedenen Meinungen auch nicht so krass mitbekommen. Ähm, so. Ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass der eine Stammtisch, der, äh, die Meinung A hatte, zum anderen Stammtisch gegangen ist, der die Meinung B hat und dann haben die sich ausgetauscht und danach lagen sie sich in den Armen, äh, und alles war super ausdiskutiert, sondern hast du halt mit deiner Meinung irgendwie ein bisschen durchs Leben gegangen und dann war das so. Und, ähm, ja, man muss natürlich schon ein bisschen aufpassen, äh, wie diese Entwicklung gerade ist. Ich hab manchmal das Gefühl, okay, die, äh, die Zahlen, die Prozentzahlen von der AfD, äh, stimmen natürlich irgendwie ein bisschen dagegen, aber ich hab auch manchmal das Gefühl, es wird alles ein bisschen zu sehr aufgeblasen. Dann auf der anderen Seite will ich wieder nicht, dass es zu, auf die leichte Schulter genommen wird, wenn wieder irgendwelche rassistischen Anschläge oder sonst was waren. Ähm, das ist, finde ich, ein super komplexes, kompliziertes Thema. Ähm, wo ich mir viel Gedanken drüber mache, wie man damit umgeht. Und, ähm, ja, was man da eigentlich gegen tun kann. Und, ja, ich hab die Lösung nicht, aber vielleicht habt ihr ja die Lösung. Ja, hab ich auch gesehen, dass der Iran 42 ist die Lösung. 42, sagt Jörg. Ja, das macht Sinn. Hab ich schon öfter gehört. Sinn des Lebens. Ja, ja, die gute 42. Ja. Ja, wir können auch drüber reden, wie korrupt Parteiensysteme sind und, äh, wie das Ganze funktioniert und wie sinnvoll ist Demokratie überhaupt. So, äh, und, äh, was brauchen wir denn eigentlich? Also, wenn ich mir überlege, ähm, in meinem Leben, wie viel dummen Menschen ich schon begegnet bin, da mach ich mir Sorgen. Also, das muss man ja auch mal sagen. Wenn du in deinem Umkreis irgendwie bist, dann hast du ja oft Leute, du umgibst dich ja mit Leuten, die deine Meinung teilen, die irgendwie einen ähnlichen Lebensweg, äh, ähm, beschlossen haben. Ähm, und dann tauschst du dich aus und oft ist es so, ja, ja, genau so und ja, und wenn du darüber nachdenkst und manchmal denkst du schon über so komplexe Sachen nach, dass man vergisst, okay, wie ist denn überhaupt die Bevölkerung, äh, aufgeteilt und, 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 und was für Teile der Bevölkerung haben wir eigentlich? Und, äh, natürlich, ähm, wenn wir über Leute sprechen, denen's, äh, auch in Deutschland nicht besonders gut geht, ähm, äh, dass, dass die andere Probleme haben und sich gar nicht so weit Gedanken über Themen vielleicht machen, wie wir das in unseren Kreisen machen. Ähm, ich will das jetzt auch, ich will hier gar nicht, äh, irgendjemanden, äh, äh, was absprechen oder, oder sagen, ja, ihr wisst schon, dass ich jetzt hier niemanden niedermachen will, aber es ist ja nun mal einfach so, ähm, dass du dir, äh, wenn du dir am Ende des Monats immer Sorgen drüber machen musst, okay, wo krieg ich denn eigentlich die, die Nahrung für meine Familie her, dass du dann über andere, äh, Sachen dir Gedanken machst, als wenn's dir gut geht und du quasi, du, das ist ja quasi auch ein Luxus, sich über solche, solche Themen Gedanken zu machen, ähm, und deswegen finde ich zig Sachen sehr schwierig zu implizieren und du, 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 das ist ja das Grundprinzip der Demokratie, dass, äh, irgendwie alle Meinungen irgendwo einen, wo einen Platz finden und wir durch Mehrheiten, äh, wird dann irgendwas entschieden, aber letztendlich kannst du ja nie alle, alle zufriedenstellen. Es wird ja nicht funktionieren und es wird ja nur noch komplexer und mit der Digitalisierung und, äh, wenn wir uns angucken, wie lange Entscheidungsprozesse sind, äh, es, es wird ja nicht leichter für die Politik, der gesellschaftlichen, äh, Entwicklung hinterherzukommen, sondern die gesellschaftliche Entwicklung und was durch Digitalisierung alles möglich ist und durch das Internet, werden wir ja eher noch schnell, schneller uns von dem politischen, äh, äh, Momentum, wo wir sind, ja, entfernen. So. Also, äh, ich, 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 mir fällt schwer zu, zu begreifen, wie, wie wir da hinterherkommen sollen und du brauchst halt krasse Reformen und wie willst du die durchsetzen, dann können wir auch wieder, weil ich jetzt grad, äh, schon wieder an was andere, an was anderes denke, was ich in dem Zusammenhang oft denke. Wir haben ja oft, äh, in der Geschichte der Menschheit gab's ja schon oft, ähm, sagen, nennen wir sie mal Superkulturen. Also, ähm, Mächte, Länder, die einfach extrem fortschrittlich für ihren Zeitraum schon waren, äh, ob das jetzt Ägypten oder, äh, Babylon oder sonst wer war, die schon, äh, komplexe Wassersysteme und Steuersysteme und, äh, politische Systeme, äh, äh, eingeführt haben, die erst tausende Jahre später wiederentdeckt worden sind, so. Wo wir sagen, okay, die waren so fortschrittlich, ähm, wie, wie hat es denn dazu geführt, dass das zusammengebrochen ist? Irgendwas, irgendein Punkt wurde immer erreicht, wo diese Kulturen es nicht mehr geschafft haben und es zusammengebrochen ist. Und, äh, genauso kannst du, es ist natürlich kein Argument jetzt zu sagen, ja gut, denn jede Supermacht, äh, heutzutage wird auch irgendwann einbrechen, aber, äh, vielleicht, äh, ja, wie kriegen wir denn Reformen in, in politische Systeme hin, dass sie sich an die Zeit anpassen? Äh, ich hab, ich kann mir noch nicht vorstellen, wie dieser Prozess ablaufen wird. Durch die, durch die Globalisierung, äh, hat sich ja auch nochmal alles verändert, was so Supermächte, äh, die isoliert sind, angeht. Es ist ja jetzt alles irgendwie miteinander verbunden und, ähm, Leute unserer Generation haben noch eine, ein ganz anderes, äh, Verhältnis, glaube ich, zu einer Internationalität als, äh, Menschen aus der älteren Generation. So, also, ob, sagen wir jetzt mal meine, äh, meine Großeltern, äh, ähm, fühlen sich, ähm, ja, glaube ich, viel mehr diesem, diesem Deutschen verbunden, als ich das, glaube ich, noch hab. Dadurch, dass einfach durch Videospiele und Internet und alles mögliche ich schon sehr früh mit internationalen anderen Menschen in Kontakt gekommen bin. Wobei du die in meinem Alter heute auch immer noch hast. Äh, naja, man rede ich grad viel. Was schreibt ihr denn so dazu? Ich hab so viele Themen jetzt angeschwungen. Hat sich Budi eine Maske aufgezogen. Ja gut. Könnte mal ein bisschen verleiten. Der labert auch so. Ich unterhalte mich gerne über solche Sachen. Genauso gerne unterhalte ich mich auch über, ähm, über das Universum und die weiten, das Universum, geschichtliche Entwicklung, die Natur, wie ist das alles entstanden? Wie kann das eigentlich sein? Wie können das eigentlich alles Atome hier sein? Mit, äh, Anzahl von Milliardenhöhe. Warum ist das fest und warum fass ich eigentlich nie was an? Du fährst ja nie richtig was an. Die Atome treffen sich ja nicht. Es ist immer, es ist immer was dazwischen. Aber ich seh das doch nicht. Das ist so klein. Das kann doch nicht sein. Das kannst du mir nicht erklären. Das ist, umguck ist das. Ja, ja, ja. Worum geht's in diesem Format? Ja, das ist eine fantastische Frage. Normalerweise sitzt hier immer noch einer neben mir aus der Firma und wir reden einfach darüber, wieso sein Werdegang ein bisschen war. Ähm, Entschuldigung, ich muss ein bisschen aufstoßen. Ähm, was der, was er gelernt hat, wie er bei Rocket Beans gelandet ist, was seine Aufgaben bei Rocket Beans waren, was seine Aufgaben in seinen vorherigen berufen waren, wo er herkommt und so ein bisschen die Hintergründe zu beleuchten und mal auch zu erfahren, ähm, 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 ja, was beinhalten die Jobs der Leute, beziehungsweise was haben wir überhaupt für Jobs hier in der Firma und was beinhalten diese Jobs, was muss man dafür können, ähm, ja, und wie das alles hier so abläuft. Einfach, es ist einfach so ein, ähm, das hab ich vor, ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt schon mach, aber es gibt schon, äh, fast 30 Folgen jetzt glaube ich, ähm, hab ich einfach so gestartet, weil ich da Bock drauf hatte und mach das jetzt immer weiter und es sagt keiner, Mirko, hör auf damit, deswegen mach ich es einfach weiter, ähm, und, äh, das macht mir eigentlich ganz gut Spaß. Ähm, genau. Dazu vielleicht noch eine kleine Info, nächste Woche, ähm, geht's dann wieder richtig los und, äh, dann wird's ab jetzt immer am Dienstag stattfinden, sonst findet's immer am Mittwoch statt, äh, also es hat jetzt immer am Mittwoch stattgefunden, aber wir werden's jetzt auf den, auf den Dienstag schieben, ähm, aus verschiedenen Gründen, ähm, einmal glaube ich, weil irgendwas programmplanisch noch geändert wird und, ähm, das hatte ich glaube ich auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass Mittwochs ist immer das, äh, Redaktionsmeeting das große und dann sind ganz viele Leute nicht verfügbar und deswegen wollte ich schieben, damit ich die Leute aus der Redaktion auch öfter mal hier reinholen kann, ähm, also ursprünglich war ja der Plan, eher die Leute hinter der Kamera zu beleuchten, ähm, und denen mal eine Bühne zu geben, aber da wir jetzt auch schon, äh, ähm, gut viele Leute da hatten, ähm, ähm, und ich eigentlich auch gedacht hab, ja, okay, ähm, es ist ja trotzdem auch interessant, ob's ne Chiara ist oder ob's ein Lars ist oder sonst wer, äh, nochmal tatsächlich, äh, ausführlich zu hören, was sie gelernt haben, wie dieser Werdegang war, wie, wie, wie kommt man denn dazu, ähm, zu, zu einem Redakteur oder einer Redakteurin zu werden, wir hatten jetzt, äh, auch letztens schon Sebastian da, ähm, von Game2, das fand ich auch sehr interessant, ja, ich bin Mörko, ich bin, äh, ich bin Junior Sales Manager, noch, es wird sich dieses Jahr bald ändern, sag ich euch, ähm, und kümmere mich besonders um den Gaming-Bereich, wenn ihr dazu noch irgendwie Fragen habt, was, äh, Sales angeht und, und, äh, Werbeintegration und Werbepartnern, äh, bei Rocket Beans, dann könnt ihr mir dazu auch sehr gerne Fragen stellen, ähm, ich pflege eher, also, ich werde euch natürlich nicht alles irgendwie sagen, aber ich pflege lieber ein bisschen mehr Transparenz bei solchen Themen, damit ihr auch versteht, warum wir das eigentlich alles machen, ähm, und wie das, ja, was bedeutet das eigentlich, wenn du 100 Mitarbeiter hast und, äh, die alle durchfüttern musst? Ähm, zum Abgaben von Fabian, ähm, also, ja, was heißt da zu sagen, so richtig viel kann ich da nicht zu sagen, ähm, es gibt einen Forumsbeitrag von ihm, ähm, wo er das nochmal ausführlich sagt, warum er geht, ähm, vielleicht schaust du einfach mal ins Forum und, ich glaub unter, wenn du eingibst, Fabian Abschied, dann findest du da einen ganz langen, äh, Text, ähm, aber er wollte sich auch einfach mal, war ja jetzt wirklich lange bei Rocket Beans und Game One und, äh, er wollte sich nochmal, äh, neuen Herausforderungen stellen und auch mal selbst ein bisschen in, in andere Richtungen, glaub ich, weiterentwickeln. Wird es den Sender in zwei Jahren noch geben? Ja, da gehe ich stark von aus. Also, wir tun alles dafür und, ähm, bis jetzt, die viele, viele der Veränderungen und Entwicklungen des Senders, die ihr vielleicht gar nicht mitkriegt, ähm, kam auch erst in den, in den letzten Jahren, in den letzten, ja, zwei, drei Jahren so, weil, ähm, du hast ja im Prinzip angefangen mit so einem, mit so einem kleinen chaotischen Haufen, der irgendwie versucht hat, diesen Senderbetrieb am Laufen zu bleiben, die hier rund um die Uhr gearbeitet haben und das ist ja dann rapide, schnell gewachsen von der, ähm, von der Personzeit, die hier an die dieser, an dem ganzen Sender beteiligt waren, dass wir jetzt um die, um die 100 Leute sind und, äh, du musstest im Prinzip sehr viel Nachholarbeit leisten, weil das so schnell geschehen ist und, äh, man damit nicht so, ähm, ich möchte jetzt niemanden irgendwie von den damaligen Leuten was vorwerfen, aber weil das einfach so schnell geschehen ist, äh, konntest du es nicht klar strukturieren und planen, wie diese Entwicklung weitergehen und was man damit macht, was man machen will, so. Das heißt, du musstest ganz viel im, im Nachhinein, äh, was die Strukturen angeht, äh, der verschiedenen Abteilungen, wer ist eigentlich wofür verantwortlich, wer macht welchen Bereich, äh, wie regeln wir das Ganze, wie machen wir unsere ganze Finanzplanung und so weiter, ähm, dass da ganz viel, ähm, ganz viel Arbeit jetzt noch geleistet werden musste, dass wir langsam in, in Gefilde kommen, das heißt langsam in Gefilde kommen, aber jetzt in, 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 in einer Situation sind, wo wir, wo wir eine sehr gute Übersicht darüber haben, äh, was haben wir hier eigentlich und, äh, wo sind die Kosten und wo sind die Haupteinnahmen, ähm, und wie können wir das alles gegenüberstellen, bla bla bla, Bilanz und so weiter und sofort, noch, äh, alles, kann man noch alles, äh, viel mehr im Detail besprechen, aber allein, was so eine, so eine ausführliche, äh, Inventur von der ganzen Technik angeht, was die, äh, Organisation der Aufnahmeleitung angeht, äh, vor, äh, vor, äh, eineinhalb Jahren so, äh, das nicht, äh, als ich gekommen bin vor zwei Jahren, äh, hatte man teilweise das Gefühl, war es noch so, okay, irgendeiner nimmt sich irgendwas und nimmt das da mit hin, um das anzubauen und nimmt diesen Laptop mit nach Hause, äh, und dann wird drei Wochen später gefragt, ja, wo ist das denn eigentlich hin, so, das passiert teilweise immer noch, dass Sachen verschwinden, aber es ist viel, viel, viel weniger, einfach diese ganze, äh, Organisation, dass man, äh, viel besser aufgebaut ist und, und das jetzt, das jetzt quasi zu nutzen und damit den nächsten Schritt zu gehen, ähm, also ich bin super gespannt jetzt aufs nächste Jahr, ähm, also ich kann mir, also das, das wird jetzt nicht hier gegen die Wand gefahren und wir geben hier alles dafür, dass, dass es, äh, dass der Sender immer weiterläuft und hier hat keiner den Plan, ähm, dass wir in einem Jahr aufhören, also mit Sicherheit nicht. Ich sehe schon die Circlejog-Beiträge, ah, ganz fantastisch. Zum Glück bin ich da nie drauf. Möcke besteht hier, der BDV würde es noch mindestens bei Erden geben. Hm. Mal sich dieses der Öffentlichkeit preisgeben. Wird ja auch immer alles zitiert, was man sagt. Aus dem Kontext raus. Aber es ist auch immer schön, hier offen und ehrlich mit euch zu sein. Und so viel habe ich ja nun auch nicht preisgegeben. Äh. Hm. Ja, ihr seid zu professionell. Das ist tatsächlich was, was teilweise, ähm, oder was ich schon öfter mal gelesen habe. Ähm. Wir wollen natürlich, ähm, wir wollen nicht das, das chaotische und spontane quasi aus unserer DNA streichen, sondern wir wollen, wir wollen ja einen Rahmen und ein Umfeld geben, in dem das möglich ist, also im kontrolliertes Chaos, sozusagen. Also die, die Redaktion und, und unsere ganzen Kreativköpfe, die sollen ja machen, worauf sie Bock haben und die sollen coole Sachen entwickeln. So, dafür wollen wir denen ja den Rahmen geben, damit das geschieht. So, es geht ja nicht darum, äh, äh, Rocket Beans von Grund auf zu verändern. Das wird mir jetzt zu ernst. Worauf freut ihr euch denn 2020? Nicht, dass ich nachher wieder Ärger kriege, dann schreibt mir jemand, Nöko, was hast du denn da wieder erzählt, alles? Das darfst du doch nicht. Dann muss ich mich wieder rechtfertigen. Wobei, dann könnte ich einfach Beispiele raussuchen von anderen Leuten vor der Kamera, die Sachen gesagt haben, oder? Dann sag ich einfach, ja gut, das war jetzt vielleicht nicht das Schlauste, aber guck mal, der Link und der Link und der Link und der Link und der Link. World War 3, da freu ich mich auch mega drauf. Oh, eigene Firma, cool, Glückwunsch. Also wenn es schon in Aussicht ist, dass es bald soweit ist. Ja, Game 2 ist immer gut, ist auch mein Dauerbrenner. Ich freu mich auf, auf Cyberpunk. Ich habe, ich glaube, wenige Spieleentwickler stehen so sehr unter Druck wie CD Projekt Red, weil die so einen guten Job mit Witcher 3 gemacht haben, was auch irgendwie Umgang mit der Community und den Fans angeht, was den Umgang mit DLCs angeht und einfach wirklich ein krass umfangreiches Singleplayer-Game zu machen, dass ich halt, weil ich so überzeugt von diesem Spiel war, ich denke, ja gut, muss Cyberpunk ja genauso geil werden und darauf baue ich eigentlich und da bin ich mal gespannt, ob die diese Erwartungen auch erfüllen können. Ja, was heißt, woher soll ich das wissen? Also, weil das Thema E-Sport gerade angesprochen wurde. Ich bin tatsächlich, also, wir haben eine kleine Arbeitsgruppe intern mit interdisziplinären, also Leuten aus verschiedenen Abteilungen gegründet, wo wir das Thema E-Sport tatsächlich behandeln, wo wir auch ein bisschen Marktanalyse betreiben, wo wir uns den Markt anschauen und ich bin natürlich auch in der Entwicklung des Programms insofern mit einbezogen, weil ich ja auch gucke, okay, was ist denn eigentlich bei den Kunden gefragt? Was wollen die eigentlich momentan? Wo sind Interessensgebiete? Wo liegen Budgets? Und daraufhin wird natürlich auch entschieden, okay, was können wir denn für Sendungen in diesem Bereich machen? Und E-Sport fällt auf jeden Fall in so einen Bereich, wo wir Interesse haben, uns weiter zu entwickeln und vielleicht auch mal dieses Jahr die ein oder andere Sendung so zu machen. Ich kann euch jetzt nicht versprechen, was es sein wird und wann das kommt, aber ich würde mal nicht sagen, dass es ein Geheimnis ist, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen und schauen, wie man das auf dem Sender umsetzen könnte. Also das ist schon so. Also wenn es nach mir ginge, eher früh als spät, weil ich E-Sport auch super gerne mag und ich das ein super Thema finde und ich finde, das passt zu Rocket Beans und da schauen wir mal, was wir hinbekommen. Die Kunden wollen ballern. Ja, so habe ich das ungefähr im Board vorgestellt. Nee, das erzähle ich jetzt lieber nicht. Wie lange habe ich denn eigentlich noch? Ja, aber mit Hand of Blood wäre super. 12.30 Uhr. Ja, nee, ich mache bis Viertel nach, das ist mir zu lang hier mit euch. Das bringt mich in eine Bedouille. Irgendwann fallen mir keine Themen mehr ein und dann sitze ich hier immer und dann lese ich so drei Minuten hier in Chat und dann grüße ich und dann finde ich wieder ein Thema und dann geht es wieder los. Das ist ja auch, da bewundere ich ja unsere Moin-Moin-Moderatoren, die das dann irgendwie so durchziehen und die ganze Zeit am Labern sind und auch immer wieder irgendwelche Geschichten und die erzählen ja dann gefühlt Geschichten, die irgendwie 20 Minuten lang gehen und ich habe das Gefühl, ich habe schon zwei Stunden geredet und dann gucke ich, ich habe über das und dann, ach ja, ja, okay, das waren fünf Minuten jetzt. Ja, ähm, also gerade so ein Florentin, der ist ja so eine Quasi-Strippe, das geht ja, ist ja, fantastisch ist das. Das ist ja sowieso ein kleiner Entertainer, unser Florentin. Mein nächster Gast, ja, den muss ich noch finden. Ähm, das werde ich mich, da werde ich mich diese Woche mal drum kümmern. Ähm, und ich mache auch um für den Nachschluss, weil ich natürlich wieder zur Arbeit muss. Ähm, es ist ja, das ist ja ausgehandelt, ausgehandelt, gesagt, ich mache eine Stunde, bin eine Stunde weg und dann komme ich wieder. Ähm, also, ja. Auch, ich würde dir eine Entschuldigung schreiben, du. Ach, ja, wenn du so eine, du, du sitzt ja auch gegenüber. Ich bin ja erziehungsberechtigt. Ja, genau, aber du kannst ja auch einfach zu, zu, äh, Arno rübergehen und ihm einfach sagen, hier, unterschreib das mal eben bitte. Weil wenn ich Arnos Unterschrift drauf habe, dann gehe ich zu Christopher und sage, hier, Mirko musste länger Sendungen machen. Ja, so machen wir das. Mhm. Stimmt, ich wollte Civ spielen. Ja, genau, wenn ihr noch, äh, äh, Gastvorschläge habt oder mal noch, äh, wen gern sehen wollt hier, äh, macht gern Vorschläge. Ähm, dann schauen wir mal, wen wir hier reinholen. Sandro, Budi, gerne alle anfangen. Ähm, ja, Buschfunk mache ich eigentlich nur spontan, weil ich verpennt habe, ähm, anzumelden, dass ich überhaupt da bin, weil wie gesagt, ich habe mich auch nicht darum gekümmert, dass heute ein Gast da ist, ähm, weil ich ein faule Stück Scheiße bin. Ähm. Willst du es nicht kaufen? Ich dachte, das haben wir schon. Lokal installiert. Nicht doof. Was wollte ich sagen? Dann kommt Budi wieder, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ähm. Sandro lade ich auch gerne mal ein. Wie geht es, Fabian Krane? Mich. Ja, Maas07, schick mir mal deine Kontaktdaten. Musst du dir jetzt zeigen, wie ich, äh, ach ne, das, ja, also, ja. Was? Was ist Budi nicht der, der wie viel aussieht? Hm. Ja, Michael Petrescu wollte ich eigentlich, ähm, wollte ich eigentlich für, äh, Halloween haben. Weil dann kann er sich ja eine Maske aufsetzen, der will ja nie gezeigt werden, obwohl, glaube ich, alle wissen, wie er aussieht. Ähm. Dann hätte Michael mal vorbeikommen. Michael kommt ja auch aus Bremen. Auch so ein Bremer Jungen. Tudü. Hoffen wir, aber ich denke, wir haben das. So, äh, tudü. Hä? Bibliothek. Warum ist das denn hier drauf? Bin ich mit dem falschen, mit dem falschen Account oder was? Ja. Ja, ich hab tatsächlich auch, ähm, überlegt, wir haben ja öfter mal Gäste da, ähm, wenn das passt, wenn man Glück hat, ähm, dass ich einfach mal so einen schönen, schönen externen Gast, äh, mir in die Sendung, äh, reinhole, ähm, ob das jetzt ein Jan Köppen ist oder sonst wer, wenn das vom Tag her passt, so, ähm, ähm, gerade wenn wir auf den Dienstag schieben, mal gucken, vielleicht ist ja auch mal irgendjemand, der nicht, äh, aus der Firma, äh, ist dabei und hat mal Bock, sich hier reinzusetzen. Das absolute Top-Format, Buschfunk, da werden sie wahrscheinlich nicht Nein sagen können. So, ey, hier, hast du Lust, äh, in meiner Sendung, äh, vorbeizukommen? Wir spielen Videospiel und wir, äh, quatschen und im Schnitt gucken aber auch so um die 5000 Zuschauer zu. Also, da kriegst du auch richtig ordentlich, äh, Traffic, ne, dann verlinken wir noch deinen Kanal und alles. Ich glaub, da können sie nicht Nein sagen. Ich bin zu dumm, um hier, äh, Civilization aufzumachen. Ich dachte, das wär schon vorinstalliert, aber, ähm, ich glaube, ich bin hier auch irgendwie mit nem falschen Account und keine Ahnung und, ähm, ja, was sollen wir denn eigentlich auf dem Desktop hier liegen? Ähm, Chat mag Frauen. Ja, ich hatte ja auch schon ein paar Frauen zu Besuch. Ähm, also daran mangelt's hier ja nicht. Das kriegen wir hin. Oh, Rollercoaster, Tycoon, Cassie Crusher, Easyweezy fragt noch mal, was ich mache. Ich hab's vorhin schon mal ganz kurz gesagt, ähm, ich bin Sales Manager, ähm, bei Rocket Beans und mach den Gaming-Bereich vor allem. Also, wenn ihr irgendwelche Gaming-Sachen seht, die, äh, versponsert sind oder sonst was, dann ist es meistens durch mich oder, äh, wenn auch, ähm, Marken, äh, sogenannte nicht-endemische Marken, also Marken, die nicht mit dem Gaming-Kosmos zu tun haben, in dem Gaming-Kosmos Werbung machen wollen, dann, äh, guck ich auch quasi, okay, was sind unsere Gaming-Sendungen, was ist euer Produkt, wie kann man die Marke integrieren, wie kann eine Kampagne aussehen, machen, äh, kalkulieren, äh, ein Angebot für die, sprechen mit der Redaktion noch mal, ähm, ähm, äh, wie genau wir das integrieren können. Ähm, äh, genau, und dann quatsche ich halt mit den Kunden, ähm, aber zum Beispiel auch, falls jemand hier Bundesliga guckt, hatten wir jetzt, äh, vor, also im Dezember und im November, war da der Football-Manager 2020, äh, als Sponsor in der Sendung, ähm, das heißt, die haben ein Bewegtbild-Intro bekommen, äh, äh, das am Anfang, nach den Werbepausen und am Ende lief, ähm, dann gab's noch das Let's Play mit Sandro und Tobi, äh, zu Football-Manager und wir haben ja immer Tobis Taktik-Analyse in Bundesliga, wo er seine Taktik-Tafel aus dem Internet für benutzt und, äh, statt, dass wir, ähm, statt, dass wir die benutzt haben, haben wir halt die Football-Manager-Taktik-Tafel benutzt, so, und, äh, über sowas spreche ich dann mit den verantwortlichen Redakteuren des Formats, das heißt, wir tauschen uns aus, hey, dieser Kunde hat angefragt, was können wir denn da machen, äh, Kampagnen-Zeitraum soll von da bis da sein, wir haben, äh, grundsätzlich haben wir eine Übersicht von den Werbemitteln, die wir irgendwie, äh, anbieten, äh, und, äh, dann überlege ich mit denen zusammen, dann schreibt entweder der Redakteur mir kurz die Idee runter oder ich schreibe es halt selber runter, ähm, wir gucken nochmal drüber, ich kalkuliere dann das Angebot, äh, für die verschiedenen Werbeformen, über welchen Zeitraum, wann das läuft und, äh, dann schicke ich das Angebot zum Kunden, der guckt sich das an, sagt dann vielleicht nochmal, nee, ich hätte gern noch mehr davon oder mehr hiervon, ähm, oder da hätte ich gern noch das und, ähm, dann passe ich das vielleicht nochmal an oder spreche nochmal mit den Redakteuren, dann geht das nochmal zurück und dann sagen sie, hey, das ist ja super, lass uns das so machen, dann sagen wir, dann machen wir das so, dann kriegen wir alle, ähm, ähm, ja, alle Grafikassets und so weiter, wie gesagt, jetzt für das Bewegtbild-Intro, äh, da muss man da vielleicht nochmal ein bisschen was schneiden und ein bisschen, äh, wir haben dann auch einen moderativen, äh, drüber gemacht, äh, Bundesliga wird präsentiert von Football Manager 2020, ähm, das wird dann alles soweit fertig gemacht, alle Gewerke kriegen Bescheid, dass die Regie auch weiß, wann sie was ausspielen muss, ähm, und, ähm, ja, so sieht das dann eigentlich aus, ähm, und das ist eigentlich, kann man schon sagen, so der Grundablauf davon, wie, wie die Arbeit läuft, so, und was hier halt ganz cool ist, ähm, finde ich zumindest, für mich an dem Job ist halt tatsächlich, dass ich mit den, ähm, mit den Redakteuren halt zusammen in Austausch gehe und mir Sachen überlegen kann, okay, wie können wir die Marken irgendwie möglichst gut integrieren, wenn es ein cooles Produkt ist, wie können wir machen, dass wir daraus coolen Content machen, äh, oder, äh, wie können wir halt dafür sorgen, dass, äh, losgelöst vom, vom Content, ähm, wir Werbeformen integrieren, damit nicht redaktionell irgendwie was eingeschränkt wird, worauf wir sowieso immer achten, auch wenn irgendwas redaktionell bearbeitet ist, äh, was mit Kunden zu tun hat, oder, äh, wo ein, äh, ein Produkt redaktionell aufgearbeitet ist, wird, achten wir immer darauf, dass wir unsere redaktionelle Freiheit haben und dass die Ideen von uns kommen und dass wir uns überlegen können, wie kann das aussehen, also das ist extrem wichtig. Ich hol den Bock rein, das ist richtig. Oh, du, 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 ähm, ja, easy, willst du auch, äh, Sales Managerin werden, oder was, bei Rocket Beans? Ähm, ich glaube, wir suchen leider aktuell nicht, ähm, ähm, aber, ähm, du kannst auf unsere rocketbeans.de-Seite raufgehen, das ist, ähm, unsere Seite, die, ähm, ja, eher dann tatsächlich für Leute, ähm, aus dem Business eher gedacht ist, ähm, und halt für Leute, die gerne bei Rocket Beans anfangen wollen, dann kannst du hier nämlich, bei Karriere kannst du die, äh, offenen Stellenausschreibungen sehen und, ähm, dann kannst du ja einfach mal durchstöbern und, ähm, ja, das wird da eigentlich regelmäßig aktualisiert, also das ist, ich weiß immer, da bin ich jetzt nicht drin, wann irgendwie, welches, ähm, welche Stelle wo frei wird und wann was auch freigegeben wird, ähm, überall ist ja eigentlich bei uns jemand gebraucht, also das ist eigentlich so, das, das ist eigentlich so die Situation, wir sind überall unterbesetzt, äh, weil wir viel mehr wollen und viel mehr machen möchten und dafür viel mehr brauchen und das ist so ein Todeskreislauf. Wohnungssituation in Hamburg ist sehr bescheiden, aber ich hatte sehr viel Glück und habe eine sehr schöne Wohnung in der Arbeitsnähe gefunden. Bewerbungsgespräche und Zuschauen wäre natürlich auch mal eine schöne Idee, einfach so als Format, ne, und, äh, Chat darf dann am Ende entscheiden, ob eingestellt wird oder nicht. So, Leute, ich hoffe, es hat euch nicht ganz gelangweilt, wir sind jetzt bei 12.16 Uhr, ähm, ja, war für mich auch mal ganz, ganz interessant und ganz schön, ohne Gesprächspartner hier, in dem man sich, äh, dann die ganze Zeit lang enthangeln kann, äh, ich hab's ja wahrscheinlich auch mitbekommen, äh, wenn ich mal zwischendurch gehadert habe mit Gesprächsthemen und, äh, ihr habt mir aber ja zum Glück dann geholfen und man findet im Chat eigentlich immer was, an dem man sich aufhängen kann, um nochmal was zu sagen, äh, hat mir das auf jeden Fall Spaß gemacht mit euch, äh, und, äh, ab nächster Woche dann, wie gesagt, Dienstag in gehabter, gewohnter Konstellation mit einem Gast, damit ihr nicht nur mich ertragen müsst, ähm, ich wünsch euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag, ich glaub, wir haben noch gleich Dennis Kurz da und dann geht noch Monkey Island weiter und dann gibt's noch Herr der Ringe und, ach, was weiß ich, wie gewohnt, gibt's genügend Sendungen, damit ihr unterhalten werdet. Also, macht's gut, bis nächste Woche.